Da kann selbst Terorsic nichts mehr machen. Ich habe die Karte eingesetzt, die ganze Mannschaft, 81.000, alle haben die Karte Terorsic eingesetzt und am Ende steht ein 1-1 und man hat ein sehr abgeklärtes Spiel gemacht. Emre Can, ein paar Fehler gemacht, so wie man es kennt, aber sonst wirklich, muss man sagen, gegen Leverkusen so ein Spiel zu zeigen, kaum Chancen, aber am Ende, ja, gibt es in der 81. Minute Niklas Füllkrug mit einem Volley, richtig geil. Und dann ist es einfach wieder Last-Minute Leverkusen und das ist einfach geisteskrank. Da muss man auch sportlich sagen, das ist Weltklasse, dass die einfach kein Spiel aus der Hand geben können, beziehungsweise aus der Hand geben vielleicht schon, aber dass die einfach bis zur allerletzten Sekunde dran glauben, Leverkusen Chapeau, umso mehr bricht es einen halt, weil man einfach hätte sagen können, wenn man einfach dieses eine Gegentor nicht bekommen, hätte man sagen können, ey, wir haben den Leverkusenern die Siegesserie weggenommen, es sind keine 44, beziehungsweise 45 mehr, jetzt sind es halt, wie gesagt, 44 Spiele und eine Niederlage. Ja, am Ende muss man aber sagen, wie gesagt, eine sehr reife Leistung der Mannschaft. Sabitzer hat mir heute auch wieder sehr gut gefallen, ich hoffe, der macht einfach so weiter, hoffentlich auch nächste Woche gegen seinen Ex-Klub aus Leipzig, das wird halt sehr interessant, weil wir halt kein Ian Marzen und kein Emre Can haben, da müssen wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen, aber ich denke mal, dass Wolf rechts spielen wird und Riasson dann links, weil Ben Sibaini ist ja bis zum Saisonende eh verletzt, das heißt, da muss man irgendwie Alternativen suchen und das hat ja heute mit Wolf auch ganz gut geklappt, weil wir Ian Marzen dann ausgewechselt haben. Ganz kurz noch, Marco Reus eingewechselt worden, immer noch einen riesigen Impact, der 34-Jährige, Vertrag bitte verlängern, Mats Hume ist ein Riesenspiel gemacht, Vertrag bitte verlängern und dann gibt es noch einen Spieler, wo ich mich gefreut habe, ihn wieder auf dem Platz zu sehen und das ist Juju Duranville, einfach schön den Zocken zu sehen. Eine gute Aktion gehabt, hätte fast noch das 2 zu 0 auflegen können auf Sabitzer, aber leider der Ball zu weit. Ja, und dann muss man eben sagen, ist es einfach, wie gesagt, der komplette Bruch, es ist geisteskrankt. Leverkusen, muss man sagen, die haben zwar schon die Meisterschaft, klar, hat man nicht damit gerechnet, dass die irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir ja die Meisterschaft, jetzt können wir auch mal verlieren. Nein, die machen einfach weiter und es ist eine Ecke von Josef Stanisic, die er dann reinköpft, die Ecke kommt richtig gut und da kann keiner was machen, vielleicht irgendwie ein bisschen besser in den Zweikampf gehen, aber was willst du da noch sagen? Wir haben aber ein gutes Spiel gemacht und wir können uns hier nichts vorenthalten. Wie gesagt, jetzt heißt es einfach full Fokus auf die Champions League, denn da steht ein richtig geiles Spiel gegen PSG an und aber erstmal nächste Woche full Fokus auf das direkte Duell gegen Leipzig, denn wenn wir das gewinnen und das können wir so, wie wir aktuell spielen, dann sind wir wieder auf dem vierten Platz, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass der fünfte Platz Champions League bekommt, aber wir wollen trotzdem unter den Top 4 sein und nicht unter den Top 5. Ich bin raus, ciao, ciao, eure Meinung in die Kommentare und bitte lasst es sportlich angehen in den Kommentaren und nicht irgendwie richtig eskalieren oder irgendwie, ja, Juhu und Söhne und sowas, sowas brauchen wir nicht. Wir sind sportlich fair, hoffentlich und dann bin ich raus. Ciao, ciao. Vielen Dank.